Herzlich Willkommen zu einer neuen Meditationsreise. Heute geht es um deine Gedanken, um deine Gefühle und wer eigentlich die Kontrolle darüber haben soll. Und das bist natürlich du selber. Das heißt, wir werden heute uns Impulse holen über unser Fühlen, über unser Denken und werden schauen, dass wir darüber die Kontrolle erlangen. Ich meine, viele Klienten kommen zu mir und sagen, ja, ich kann meinen Kopf nicht abschalten, weil ich nicht, auch wenn ich in die Ruhe kommen möchte oder ich kann ja gar nicht anders, als an ihn oder an sie zu denken oder dass ich mich über etwas ärgere oder dass ich über etwas traurig bin. Da habe ich ja überhaupt keine andere Möglichkeit, als traurig zu sein. Und heute geht es wirklich so um diese Eigenverantwortung, um diese Selbstbestimmtheit, um diese Selbstbestimmung, dass man klar ist, was ich fühle, was ich denke. Das kann ich kontrollieren. Wobei es eigentlich so ist, es sind ja Leute oft einmal sehr sensibel, auch um Gedanken und Gefühle aufzuschnappen. Das heißt, wir werden auch schauen, was sind Gedanken und Gefühle im Feld da? Wie können wir das abtrennen? Und was gehört eigentlich gar nicht zu mir? Oder habe ich übernommen, habe ich gelernt? Und über die restlichen dann, dass ich da in meiner Eigenverantwortung bin. Okay, dann starten wir gleich mal. Schließe bitte mal deine Augen. Und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir mal, ruhiger und ruhiger zu werden. Und jeder Atemzug bringt dich immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Und erlaube dir mal, die Entspannung reizvoll zu gestalten. Denn normalerweise bist du von deinem Umfeld her und von deinem Alltag her überreizt. Und nun erlaube dir mal, die Entspannung reizvoll zu gestalten. Und so ein positiver Reiz für die Entspannung wäre zum Beispiel deine Lieblingsfarbe. Stell dir mal deine Lieblingsfarbe vor. Und dann stellst du dir eine Bettwäsche in dieser Lieblingsfarbe vor. Das angenehmste, weichste Bett, in das du sinken kannst. Oder ein angenehmes Sofa in deiner Lieblingsfarbe. Und du stellst dir das vor und bist eingehüllt mit deiner Lieblingsfarbe. Und fühlst dich wohl, ruhig und entspannt. Und lässt mal sämtliche Anspannungen des Alltags hinter dir. Und nun erlaube mal, dass dich diese Lieblingsfarbe auch noch weiter entspannt. Und zwar Verspannungen in deinem System werden jetzt gelöst. Kannst du dir das vorstellen, dass etwas, was zusammengeknotet ist, weicher wird und aufgeht. Also verspannte Stellen werden weicher und lösen sich. Sowohl im energetischen als auch im physischen. Und in diesem Augenblick merkst du, du sinkst immer tiefer in die Entspannung. Und beginnst nun einmal alte Belastungen auszureinigen. Da fließt einfach ein reinigendes, weißes Licht durch dein System, von deinem Scheitel hinunter bis zu deinen Füßen. Das entfernt jetzt mal alte Schlacken und Anspannungen aus deinem System. Man sagt ja auch immer, dass so Gedanken und Gefühle auch deinen Körper formen. Und jetzt heute wird einmal so umgekehrt der Körper gereinigt und in eine vitalisierte Form gebracht. Und diese Form, diese dynamische Form führt wiederum zu klareren Gedanken und klareren Gefühlen. Und erlaube dir jetzt mal zu dem Punkt in deinem Dasein zu reisen, wo du dich am hilflosesten fühlst. Der Punkt der Hilflosigkeit. Wo bist du so angespannt in dir? Wo ist dieser Punkt, wo du hilflos bist, wo du Ohnmacht empfindest, wo du dich klein fühlst? Nimm mal diesen Punkt ganz bewusst wahr. Du kannst dir auch vorstellen, dass du diesen Punkt wirklich in deine Hände nimmst. Dass du so richtig angreifst, in deine Hände nimmst. Diesen Punkt der Hilflosigkeit. Und betrachte den mal. Wo du dich klein fühlst, wo du dich als Opfer fühlst. Wo du ohnmächtig bist. Und grundsätzlich lässt sich dieser Punkt zusammenfassen als ein Mangelgefühl. Und dort erlaube mal in diesen Punkt des Mangels Heilung und Fülle einfließen zu lassen. Erfüllung und Erfülltheit. Heilung annehmen und zulassen. Das Lösen von alten Verletzungen und Kränkungen. Also auch ganz viel Heilung des inneren Kindes. Und du spürst, dass diese Energie einfließt in diesen Ohnmachtspunkt. Und dass er heller wird, klarer und er beginnt sich zu lösen, zu transformieren. Und erlaube dir jetzt mal aus diesem Ohnmachtspunkt einen neutralen Punkt werden zu lassen. Einen neutralen Mittelpunkt. Aus strahlend weißem Licht. Und dieser neutrale Mittelpunkt, diese Energie, liest jetzt in dich, zentriert dich und erdet dich und macht dich noch klar. Und nun von diesem neutralen Mittelpunkt aus betrachtest du jetzt mal deine emotionale Ebene. Schau sie dir einfach mal an. Schau mal, kriegst du dein helleres Bild oder ein dunkleres Bild. Fühlst du dich entspannt an oder angespannt? Und egal, wie sich deine emotionale Ebene anfühlt, die geistige Welt stellt dir nun heilende und transformative Energien zur Verfügung, dass du diese emotionale Ebene löst und reinigst. Und dass alle Gefühle, die dort stecken, die nicht zu dir gehören oder die schon längst gelöst gehören, sich jetzt transformieren. Und in dieser Reinigung und Energie spürst du auch, wie sich dein Unterleib weitet, wie du ruhiger wirst, klarer und zufriedener und wie ein Schwall von alten Gefühlen sich ablöst und du wieder mehr und mehr in deine Kraft kommst, in dein Bewusstsein, dass deine Gefühle ganz klar da sind, um dir zu dienen. Und nun erlaubst du dir mal, diese Gefühle mit den Augen der bedingungslosen Liebe auch noch einmal zu harmonisieren. Die bedingungslose Liebe steckt so in deinem Herzen, im Herzzentrum und die Emotionen kannst du dir so im Solaplexus, Bauchgegend vorstellen. Aber in deinem Herzen ist mal so bedingungslose Liebe. Und das ist nicht so, dass du bedingungslos liebst, sondern dass diese Liebe in dir ist und in dir Widerhalt, den Widerhalt der bedingungslosen Liebe. Und diesem Widerhalt erlaubst du nun zu folgen. Ich folge jetzt dem Widerhalt der bedingungslosen Liebe. Und du spürst in dieser Energie fließen noch mehr so gestaute Emotionen von dir ab und dein System wird freier, klarer und selbstbestimmter. In deinem Zentrum ist der Eigenermächtigungspunkt, ist dieser Mittelpunkt, dieser Neue. Dein emotionales Zentrum reinigt sich, erhält neue Spannkraft, wird freier, und über diesem emotionalen Zentrum ist das Zentrum der bedingungslosen Liebe, das nun auch noch mal Unterstützung und Heilung in dein emotionales Zentrum sendet. Und aus diesem Zentrum heraus, diesem Zentrum der bedingungslosen Liebe, öffnet sich jetzt auch nach oben hin ein Lichtstrahl. und dieser Lichtstrahl reinigt nun deine Gedanken. reinigt dein Gedankenzentrum, reinigt dein Gedankenzentrum, lässt alle alten Gedanken, alle Gedanken, die du vielleicht übernommen hast, manipulative Gedanken, aus deinem Feld abfließen, und zwar nach oben hin, nach unten fließen, die Emotionen ab, nach oben hin fließen, die Gedanken ab, so dass du absolut in dieses Licht der bedingungslosen Liebe gehüllt bist, und du spürst jetzt mal die Reinigung des Systems, und du erlaubst dir auch, im Kontakt mit deinem höheren Selbst ganz klar sämtliche Gefühle und Konzepte abzugeben, sämtliche Pläne abzulegen, sämtliche Vorstellungen, Wünsche und unerfüllten Träume zu lösen, die dich daran hindern, dass dein Verstand, dein Gedankenzentrum, zu 100% klar und inspirierend genutzt wird. Inspiration und Freiheit. Und diese Energie, Inspiration und Freiheit, transformierten und nochmal sämtliche gespeicherten sowohl Emotionen als auch Gedanken. Und nun erlaube dir, das, woran du am meisten festhältst, zu lösen, sowohl emotional als auch gedanklich. und du bedankst dich einfach für die Gefühle, die du empfinden kannst oder auch die Inspirationen, die du empfängst. Aber alles, was blockierend ist, lässt du nun in deinem Tempo los. eine tiefe Energie der Ruhe, der Klarheit, fließt jetzt durch dich hindurch. und du spürst, dass du absolut in deine Mitte gelangst und spüre, wie du nun die absolute Autorität über deine Gedanken und deine Gefühle wirst. Du wirst zur absoluten Autorität über deine Gedanken und deine Gefühle und diese Kraft und Klarheit fließt nun in dich ein. Ich bin frei zu handeln, ich bin frei zu einen, zu vereinen, Kopf und Verstand, Kopf und Gefühl in mir zu vereinen und ich bin in der absoluten Kontrolle und Eigenverantwortung über meine Gedanken und Gefühle. Und du spürst jetzt die Kraft und die Stabilität in dir und du atmest mal tief ein und wieder aus und bewegst dich mal ein bisschen, strick mal deine Beine, deine Arme aus und nun trittst du ganz bewusst vor die Akasha-Chronik hin, vor Saint-Germain, violetten Licht und sprichst, dass du bereit bist, die Herrin oder der Herr über deine Gefühle und Gedanken zu sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für meine Gefühle und Gedanken zu übernehmen und damit auch die Kontrolle über meine Gefühle und Gedanken. Und du spürst jetzt, dass diese Botschaft angekommen ist, dass du klarer wirst, dass diese Klarheit jetzt nochmal von deinem Scheitel bis zu deinen Sohlen in dich einfließt und du bedankst dich bei der geistigen Welt. Du spürst, dass Anmacht, Selbstzweifel und Unsicherheiten hinter dir liegen und dass du absolut klar und selbstbestimmt die Herrin über deine Gefühle und Gedanken bist oder der Herr über deine Gefühle und Gedanken. Und sprich dir das nochmal nach in dir. Ich bin die Herrin meiner Gedanken und Gefühle. Ich bin der Herr über meine Gedanken und Gefühle. Und mit diesem Satz, mit diesem Mantra atmest du nochmal tief ein und wieder aus. Streckst dich durch, bewegst deinen Körper und kommst in deiner vollen Kraft ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Du bedankst dich bei der geistigen Welt, bei deinen geistigen Helfern und Führern. öffnest deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erni. Tschüss und alles Gute. Almaget, dein Oliver Erni. Tschüss und alles Gute. und alles Gute. Vielen Dank.